Start ist erfolgt. Glitzstart war das von Aladin, allerdings auch da wieder drei Hunde auf einem Taschentuch vereint. Aladin hat die Schnauze vorne und jetzt sogar den ganzen Kopf. Aladin führt vor Newcomer und SK die Römer. Sie kommen Richtung Ziel und am Schluss ist es Newcomer, der schliesslich die grösseren Reservate und gegen Aladin und SK die Römer gewann. Jetzt also noch Lauf 8 vor der 30-minütigen Pause. Start in Ränge Nr. 8 unter Rot, Icaroche von Baden-Amour, Schweizer Meister 1000 2018.